So, was haben wir noch zu tun in der Stadt hier? Ich glaub nicht mehr viel außer... Ja, ein paar Sachen. Na wunderbar. Boah, sogar noch richtig viel. Boah, ich werd hier nie fertig. Auftragsattentat. Next, please. Okay, muss aber auch gemacht werden. Also, let's go. Schwupp. Und flieg jetzt, jo. Nee, nichts machen haltet ihn. Ich bin inkognito unterwegs. Weg. Und schwupp. Und weg bin ich. Was verteidigt ihr denn hier? Ja, ich weiß das. Sch, geh mal woher. Was ist denn hier? Da ist doch gar nichts drin. Was verteidigt ihr denn da? Idioten. Oh, toll. Perfekter Over. So, wo ist denn der Taubenschlag? Hier oben. Und links, rechts, links, rechts. Taubenschlag. Zack. Da hab ich die scheiß Taubel wieder. Uh, uh, uh. Nee. Ich kann das nicht mehr. Zack. Wem soll ich jetzt erledigen? Erzähl mal. Angebot nachgefragt. Oh, okay. Lass dich direkt um die Ecke. Das Geh-Mitglied finden, das ist ja easy. Das finde ich ja gut. Na. Wer leuchtet denn Gold, fand ich, hm? Wer ist denn hier so richtig goldig unterwegs? Da ist er ja. Ach, verfolgen? Ach, nö. Komm, ehrlich jetzt? Ich dachte, ich darf ihn eliminieren. Oh, Menno. Was tut ihr denn hier? Naja, ich geh schon runter. Alles gut. Spannig. Oh, für Minimap wird der als rot angezeigt. Das ist frech. Da könnte man sich ja verleiten lassen, äh... Dazu verleiten lassen, zu erledigen. Aber wer liest, ist klar im Vorteil. So, ja, lauf mal weiter jetzt. Mach mal hier, zack, zack. Hm, ich verfolg dich gar nicht. Ich bin gar nicht hier. Oh, nee, nicht hier. In Bade. Ja, sing mir ein Lied, komm. Nee? Oder nicht? Och, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Oh, diese scheiß Baden, ne? Die... Ja, hier, hier, okay. Hier hast du Geld, verpiss dich. Hier, bitte schon Geld. Oh, was haben wir denn da? Gott, diese Betonung. Ich bin ein Glückspilz. Ach ja, schön. Und wie lange soll ich jetzt verfolgen? Das ist ja richtig mühselig hier. Ich bin gar nicht da. Der dreht sich doch bestimmt gleich um. Nicht? Okay. Ich bin überrascht. Der will sich einfach nicht umdrehen. Ah, da sind zwei Wachen, das ist nicht sehr gut. Bitte mach's nicht hier. Na komm, geh weiter, geh weiter. Oh, nicht schon wieder so ein Bade, ey. Hier, hör auf zu spielen, 100 Geld. Selbst die Wache rennt zum Geld, ey. Die gierige Wache. Ich will nicht stören, ich lauf nur weiter. Ja, soviel dazu ist direkt um die Ecke. Wunderbar. Na, ist ja toll. Jetzt biegt er links ab. Und damit bestimmt sein Typ da jetzt steht, oder? Ne. Immer noch nicht. Darf ich den jetzt erledigen? Langsam wird's lästig. Oh, die schreien sich an auf Italienisch. Die schreien sich an. Mensch, wo rennt denn der hin, ey? Einmal, komm mal durch die Stadt, oder was? Ah, jei, jei, jei. Na, komm. Junge, Junge, wo willst denn du hin? Oh, Achtung. Oh, Gott, okay. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Na, komm. Geh weiter. Na, komm, komm. Ach, also. Okay, wir sind aber bestimmt jetzt schon... Karte. Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist halt lächerlich. Oh, 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 oh. Den Genführer töten, wie? Das mache ich von oben. Alles Gute, komm von oben, ne? Ist klar. So. Erwische ich den von hier? Ja, sicher, ne? Schwupp. Bam. Geiles Attentat. Nein, was ist mit... Ey, hallo, geh mal weg jetzt. Nö, jetzt... Toll. Lass mich in Ruhe. Hilfe, ich werde verfolgt. Ja, interessiert die Wachen gar nicht. Warum auch, ne? Na, warte mal. Ich kann nicht bestechen, oder? Oh, ich meine, die Mucke ist gut. Okay. Noch eine Mission. Ich werde mit den Auftragsantänen... Dingern nie fertig. Oh, Gott, deswegen. Ich werde damit nie fertig werden. Hm, toll. Mit einer Hand festgehalten. Macher jetzt so. Einfach Macher. Boah, richtig viel Gold schon in der Kiste drin. Hm. Nein, was... Okay. Ab so einen Taubenschlag. Das wird ja wohl die letzte Mission da sein. Hm. Zack. Und hoppen. So, nächster. Bessen Name steht da diesmal auf der Taube? Und? Flohmarkt. Ja, toll. Die zwei Verschwörer finden. Na, okay, das ist ja... Schon mal was. Ich meine, das ist ja relativ abwechslungsreich, aber... Das ist ja einfach nur Beschäftigungstherapie. Mehr nicht. Nein. Wenn das kein lustiger Affe ist. Ach, mein Gott. Oh, ist direkt am Ecke sogar. Krass. Aber nett. Vorher schmieren wir noch hier den Herold. So, hier 500 Florinen. Lass es dir schmecken. Oh, der ist doch bestimmt in einem abgesperrten Bereich, oder? Wie komme ich denn da jetzt rein? Boah, die schreien aber alle hier. Okay, wir gucken mal. Alter, wenn nicht hier sein. Die wird ganz klar hier oben irgendwo sein. Da ist eine Wache, das ist nicht gut. Hier ist noch eine, das ist überhaupt nicht gut. So. Okay, ich muss noch den Verschwörer jagen, hab ich's. Wo ist denn der? Bleib mal hier. Okay. Uh. Klohmarkt abgeschlossen. Schnell hier weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. So. Schnell weg hier. Interessiert die Wache nicht, dass ich einfach so noch hier. Heulbein springen, ne? Warum auch? Der Mörder ist hier. Behalten euch, werte Freunde. Warum auch? So. Haben wir die Mission noch offen? Immer nur, ey, wie viel? Okay. Also. Okay. Nächste Mission muss gemacht werden. 100% ist gecallt. Dann wird er da durchgezogen. Zack. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ja. Ey. Muss ich durch. Zack. Wer denkt auch, wenn ihr ein oder zwei Milchroß nicht hört? Und eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Nächster Taubenschlag. Interagieren. Guck. Guck. Scheißtaube. So. Was geht jetzt ab? Hm. Vertikaler Schnitt. Die fünf Soldaten töten, ohne entdeckt zu werden. Ah, ja. Ist klar. Mal schon zum Ende einen reindrücken. Habe ich irgendwelche Hilfsmittel? Nope. Das macht die Sache nicht einfacher. alle frommen Landschaftsbilder ausverkaufen. Frommen Landschaftsbilder? Richtet immer weiter. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Hier ist der Erste. Oben auf dem Dach, ne? Boah, das ist riskant hier. Na, komm. Von wem wurde ich denn entdeckt? Hä? Ja, natürlich eine Taube, die mich gesehen hat. Ist klar. Nee. Och, das ist doch Schwachsinn. Gut, auf ein neues. Versuch nochmal zwei. Ich weiß nicht, wie ich entdeckt wurde, aber wird schon seine Richtigkeit gehabt da. Naja. So. Wo ist der Erste, hm? Das sollte ich nicht machen. Hier sind viel zu viele auf einem Fleck. Der hat mich nicht gesehen. Scheiße. Das geht nicht, oder? Das ist ja auch ein bisschen eng hier. Nein, ich wollte natürlich doch noch mehr. Ich hab ne Idee. So. Und dann hier. Ach, komm. Mann, Ezio, du kommst doch noch nirgendwo hoch, ey. Zack. Jetzt aber. Nein, nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Hör auf damit. Gott, guck doch nicht immer rauf. Guck weg, guck weg, guck weg. Der wird mich ja safe entdeckt, ne? Vielleicht hab ich Glück. Vielleicht hab ich Glück. Vielleicht hab ich Glück. Weg, 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 weg. Ach, gut, dass das Spiel netz zu mir ist. Und tschüss. Flieg. Oh. Hab wohl ne harte Landung. Ach, der zählt auch dazu, ne? Okay, wie mach ich denn das am besten? Oh, das geht auch. Drei Stück noch. Nee, ich bin nicht hier. Geh weiter. Du siehst mich nicht. Ja, komm hierhin, komm hierhin, komm hierhin. Los, 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 los. Okay, zwei noch. Da krieg ich ja wohl hin. Nein, jetzt, 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 komm, 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 komm. Oh, war knapp. Nee. Nee, 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 nee. Das ist lächerlich. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ja, na klar. Ich lieg die neben mir, ich lieg die. Oh Gott, alles von vorne. Okay, ich hab ne andere Idee. Ich hol mir erstmal die beiden an der Treppe. Glaube ich. Und danach kann vermutlich nicht mehr viel schief gehen. Vielleicht sollte ich auch mal mehr die Kultisani benutzen. Also, zum Ablenken natürlich, ne? Darf der mich nicht sehen? Ist dann die Mission vorbei? Ist das so ein Ding? Das ist nicht gut. Das war gar nicht gut. So, wir holen uns erstmal den, der hier steht. Nee, also... Boah, die Mission macht mich fertig. Ich hasse diese Mission. Und nochmal. Auf ein neues. Ich werde das niemals schaffen. Alle guten Dinge sind drei. Scheiß auf. Jetzt schubst der Pendermin. Oh, scheiße. Ich werde weg. Nee, die Wache einfach abzustellen. Wirklich. Mann, 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 ist der nervig. Ach, egal. Dann hast du es. Das sind fünf Stück. Das ist gar nicht so einfach. Die erste mache ich weg jetzt. Die aktuellsten Künstler aus Florents. Wir sehen uns Jena. Und wir sehen uns. Ich habe all diese Orten bereist. Und die Feindwerke für meine Kunden. Sch. Leise. Hier ist keiner. Ich stehe nicht vor dir. Du siehst mich nicht. Okay, das war Nummer eins. Nummer zwei folgt zugleich. Das machen wir anders. So, den holen wir uns anders. Sieht ihr mich hier? Könnt ihr mal gucken, ne? So, drehen wir deine Kreise da, aber dann sehen wir mich nicht. Na los, geh weiter. Gut, 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 gut. Nee, ach komm. Nee, 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 nee. Ich kann das nicht mehr. Das ist so eine scheiß Mission. Und nochmal, weil es so schön war. Mach neben Mission. Hätte ich hier einfach die Klappe halten können. Ich hätte einfach nur Hauptmission machen können. Bisst euch, weg hier. Weg, Mann. Oh, ey. Sorry, wollte ich nicht umhauen. Ich hab ne andere Idee. Ich mach's diesmal ganz anders. So, wir machen's jetzt ganz anders hier. So. So. Komm, du siehst mich doch nicht. Geh weg. Ich bin gar nicht mehr hier. So, nämlich. Hast du dir verdient, du Penner? Hoffentlich bist du gut geflogen. So, so. So, jetzt aber ganz entspannt hier. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ach, wunderbar. Okay. Ich krieg die Mission noch hin. Muss noch ein bisschen dran glauben. Ich hole mir jetzt erst den hier auf den Turm. Dann spring ich von da runter. Und dann wird das schon. Und hab. Flieg, du Penner. Boah, der fliegt richtig böse. Das war unangenehm. Wo ist der nächste Krieg? Erwisch ich den von hier? Ach komm, ich darf den von hier nicht töten. Das ist ja lächerlich. Das ist doch ein Luftattentat. Soll ich mich so anstellen jetzt hier? Ja, von hier geht's. Boah. Okay. Den hätten wir auch. Ich glaub, die dürfen mich einfach nicht sehen. Kann das sein? Liegt das daran vielleicht? Oh, das ist... Oh, das ist krank. Die hole ich mir... Sch... Ach, Jungs, wisst ihr was? Hier habt ihr Gold. Gebt mir auf den Sack, ne? Bitteschön. Wo ist die letzte Wache? Hier unten irgendwo. Wo ist der? Oh, oh. Boah, war knapp. Das war echt nicht knapp. Immer eine Mission durch. Der Rest ist mir egal. Nein, Mann. Er geht aus dem Weg. Hopp, hopp, hopp. Oh, lauf jetzt, jo. Kann ich mich irgendwo verstecken hier? Ja, hier zum Beispiel. Junge, Junge, ist das übel.